So, Leute, willkommen zurück zu Metroid Zero Mission. Samus' Rüstung schummert ganz creepy irgendwie, aber egal. Nee, ich spring da jetzt noch nicht rein. Ich will euch erstmal was zeigen. Ich hab noch die Karte geguckt. Ich frag mich grad so nebenbei, wie kommt man überhaupt nach Kreide, da wo es Kreide gibt, oder wie jetzt? Ich hab keine Ahnung. Frag ich mich grad so. Hm. Hm. Gibt's da irgendwo noch einen Special Geheimgang? Hm. Tja, das ist jetzt mal so eine Frage, die mich eigentlich mal interessieren würde. Denn da oben hab ich keine Ahnung, wie ich da lang kommen soll. Da oben bin ich irgendwie nicht mehr weitergegangen oder nicht weitergekommen. Ich weiß es nicht. Ach, egal. Wir müssen nach Norfair. Also, hallo. Achso, ich muss nach unten drücken. Oh, ist Wut. Oh, oh. Blub. Blub. Iiiiih. Ist ja richtig widerlich. Es guckt uns an. Iiiiih. Ist ja richtig eklig. Wir sind angekommen in Norfair. Alter. Hört's euch an. Voll die geile Mucke. Ich, 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 Leute. Ich, ich, ich komm nicht mehr zurück. Scheiße. Hä, hä. Oder hier vielleicht ein Bomben. Hahaha. Äh? Lol. Wo, wo, was? Nein. Verarsch. Was ist das für ein Block? Was sind das für Blöcke, Freunde? Eine Windmühle. Eine Windmühle jetzt echt jetzt? Nein, die kommen ja nicht mehr hoch. Samus! Ach, Mann. Das muss ich mal so jumpen, Alter. Na, da wollte ich gar nicht rin. Scheiße, Mann. Gut, erstmal neues Gebiet. Erstmal voll abgekackt hier. Was? Wut, 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 wut. Na, komm schon. Nein, Mann. Ich will doch was da rin. Hier, lass mal rauf, danke. Flup. Ha, ha, ha. Ja, wats, wats. Oh, ihr kommt hier doch nicht durch. Ist ja unfair. Aber da gibt es doch so eine komischen Teile. Ist ja fies. Hier komme ich ja nie wieder hoch. Ey, wie kacke ist das denn bitte? Ach nee, man kann ja so schießen. Nach unten. Und jetzt ist das Ding. Ah, und jetzt. Sieht voll kacke aus. So. Da rechts ist so eine Speicherstation. Da geht es mal durch. So. Einmal schön saven. So. Speichern abgeschlossen. So, jetzt geht es nach rechts in eine Sackgasse, wo ich hin muss. Und nach links in eine Sackgasse, wo ich nicht hin muss. Das ist allerdings erstmal interessanter. Wir müssen immer erstmal nicht da hin, wo wir hin. Ich gehe immer erstmal da, wo ich nicht hin muss. Wow. Au. Oh, ich würde mich ducken. Fies. Wuh. Hehehe, erwischt. Wats for wats. Energy Kugel. Yeah. Duh. Oh mein Gott. What's that for a creepy thing, alter? Hier, frissat. Boom, down. Hehehe. Boah. Na, was war's? Wow. Alter, das war knapp. Wow. Nein, nein, nein. Nicht in die Kacke schubsen. Iiii, ist ja richtig... Oh, iiii. Tsch, 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 aaaah, fies. Ey, da oben will ich hin. Ey, warte, komm da nicht hin. Nein. Wie kacke ist das denn? Wie komme ich denn da ran, Mann? Hrrr. Hrrr. Hrm. Hrm. Ja. Jetzt halt. Hrrf. Äh, wie fies, ich hab's doch schon. Mann. Kacke, jetzt muss ich wieder im Aufballbombe benutzen hier. Und flupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflup. Ja, Missilecontainer erhalten. Ist ja geil. So, das hier auch noch irgendwas schönes. Nope. Das ist ja richtig Porno. Er kann mit dem Aufball höher springen als normal. Das ist überhaupt nicht unrealistisch. Na gut. Watz, 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 watz. Watz, watz, watz. Watz, watz. Erstmal hier abtasten. Abtasten. Geht's hier durch irgendwo? Da geht's durch. Wowling-Modus. Wowling-Modus. Wowl... Oh. Hm. Okay, cool. Huah! Oh, Gott sei Dank. Nein, nein, schatz. Ah. Einfach die Beene weggeätzt, irgendwie. HEPA! Aua. Muss man das mal irgendwie umgewöhnen hier, so, vielleicht. Also, na doch, geht doch. HEPA! So. Zählern. Und wie gehe ich hier schon wieder in Gebiete lang, die mir gar nicht gefallen. Hm, komisch. Wir sehen auch jetzt No-Fair. Da, das ist alles Bunster. Und das ist No-Fair. Okay, die Karte wird doch noch größer. Deutlich größer wahrscheinlich. So, soll ich jetzt würde ich erstmal rechts weitergehen? Da ist noch ein Transporter. Wo komme ich so ran? Ah, Mann. Lass mich durch. So, wo führt er mich hin? In einem nicht bekannten Ort. Swun. Nach Crateria. Oh, mein Gott. Wo lange laufe ich denn jetzt hier schon lang? Oh, mein Gott. Ich bin in Crateria gelandet. Hilfe. Ich hier downwind hin, Alter. Und so. Nee, nee, nee. Später. Swun. Downwind. Alter, richtig geile Mucke. Oh, da komme ich schon wieder nicht. Was? Was soll man da durchkommen? Okay, wieder Morph-Balltechnik. Agh, 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 agh. Komm schon! Agh, 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 agh. Ja, es soll nach, ja, 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 ja. Ach, geil. Ich will hier noch etwas Angst, dass ich nicht mehr hochkomme, wenn ich mich hier rumgrößte. Ich habe das Gefühl, das ist nicht für meine, für die Morph-Ball-Bomben halt ausgelegt, irgendwie. Es fühlt sich alles schlecht an, was ich hier gerade mache. Was? Aua, doa, 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 doa. Was, was, was. Finde schade, dass man mit dem Charge-Spiel mir keine Sachen anziehen kann. Das wäre cool. Äh, da oben komme ich nie wieder durch. Ich habe mich durchs Spiel geglitscht. Fuck. Ja, das ist jetzt nicht so Porno. Da komme ich doch nie wieder durch. Äh, ähm, Leute, was habe ich hier angestellt? Hab, boom, ja, los. Oh, durchgeslitscht, hui. Okay, hier habe ich offenbar noch gar nichts zu suchen. Weil das war gerade irgendwie ziemlich creepy. Hier, Bombe. Haha, schmeckt Bombe. Bombe schmeckt lecker. Aber hier kann man doch schon ganz normal durchlofen, oder? Äh, ii. Ach, Mann, Drecksviecher. Witz, 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 witz. Danke, Energy. Noch mehr Energy, bitte, danke. Yeah, 20 Punkte, geil. Aua, Schatz. Oh, fies. Spiel ist echt nicht einfach. Komm, ja, los. Danke, Mann. Hehehe, hast du dir gedacht, wa? So, Energie da voll. So, dann gehe ich doch erstmal nach rechts. Mhm. So gut. Hier, Rätschern, Bräugernä. Hab ja gerade saved. Mehr oder weniger. Drown. 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 Oh, Alter. Oh, Gott. Hier so ein Minenmorphball-Dingen. Warum ist das denn hier? Warum sollte ich mich selbst wegsprengen wollen? Das ist doch bescheuert. Heißt... Heißt, ich darf hier keine Minenmorphball... Atsch, aua. Heißt, ich darf hier... Ja, dann komme ich hier gar nicht weiter, Leute. Komm doch da nicht weiter, Mann. Scheiße. Vielleicht sollte ich es doch mal bei Bomben versuchen. LOS! Eitsch, no, do, 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 ii. Oh, meine Energie. Oh, Alter. Ist richtig fast gedraint, Alter. Hilfe. Kann ich mir aufladen? Ne, nur gespeichert. Oh, was ist denn drauf? Kacke. Ich älte mir noch die Pfoten weg, Alter. Außer Kacke. Dann komme ich hier überhaupt nicht hoch. Mann. Was ist das? Man kann dann irgendwie nicht greifen. Oh, ii. Oh, fuck, nein. Kann ich hier durch? Nein. Oh, fuck, nein. Oh, Alter Schwede. Das Spiel bringt mich zur Verzweiflung gerade hier. Wie komme ich denn da drüben durch? Das sind ja noch so ne komischen Zeichen. Die gelben Dinger schmeißig. Und zwar in irgendeiner Bodenfläche. Oh, nee. Die Kacke sind alle so scheiße. Ich habe mir das doch doof. Doof, Mann. Was soll ich denn jetzt machen, Freunde? Fehlt mir hier noch was? Kann man irgendwie mal später höher jumpen oder so? Verstehe ich, nee. Ich glaube gerade kein Plan, was ich machen soll. Kannst du einfach weiter probieren. Ich habe ja die Möglichkeit, hier Safe Cheater States zu nutzen. Bomseling, nein. Fuck, oh, weg jetzt. Was ist doch kacke. Warte, mal gleich so. Vielleicht wenn ich hier anfange und dann... Na los, nein. Oh, fuck. Oh, tsch. Was ist doch scheiße, Mann. Oh, Mann. Nee, nein. Mann, spring nochmal. Oh, mein Gott. Toi, jetzt sehe ich, jetzt kann ich die komischen Dinger ja nicht mehr aufdecken. Kann ich die nur so aufdecken und... Oh, ii. Die Suppe ist richtig ätzend, Freunde. Oh, der kommt doch nicht... Oh, der Dwayne richtig fast, Alter. Mann, ist doch doof. Okay, komme ich definitiv nicht hoch. Oder? Hier irgendwo ein... Nee. Das ist doch scheiße. Wartet mal, vielleicht. Nein, 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 nein. Tsch, ach, Mann. Okay, das wird ja nicht funktionieren. Fehlt mir ein Item? Keine... Gibt es später auch bei Metroid Prime eine Version, wo man höher springen kann mit. Oder weiter in dem Fall meistens. Weil auch hier bräuchte ich einfach ein und immer zum Hörjumpen, Mann. Oder kann man sich hier hochslitchen wieder? Ich komme doch gar nicht mehr zurück. Muss ich tatsächlich erstmal hier lang? Och, geil. Energie, 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 finde ich geil. Mann. Schon raus. Los, komm raus, ich will Energie haben. So, reicht das mal, Hepa. Autsch. Renil jumpt. Sag hier. Fünf. Fünf Punkte. Fünf Punkte, Sie bis jetzt? Das ist ein Witz, aber gut, reicht ja eigentlich. Oh, das ist ja richtig fies. Nicht, 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 bin ich mal auf meinem Bomben, Mann. Hier, Batz, genau. Sollte ich echt hier... Ich meinte aber vorher ein Save, bevor ich hier wieder mich durchslitche. Durch einen Ort, den ich eigentlich noch gar nicht benutzen sollte. Vielleicht sollte ich einfach ohne Abarm vorwärts gehen. Weil eigentlich ist ja Samus mal... Also, Metroid allgemein ist ja meistens ein Spiel, wo man jetzt nicht irgendwie so ein... So eine Home-Center-Point hat, so Zelda-like, wo man einfach nach Kakariko zurückgeht oder so. So, das gibt's ja in dem Sinne ja nicht. Ich kann echt mal hier unten lang gehen. Also, ich glaube nicht, dass Sid hier unten dafür geschaffen ist, da lang zu gehen. Also, ich gehe erstmal nach oben, tatsächlich jetzt nach... Krateria. Aber eigentlich, mein Ziel ist doch da rechts. Aber da komme ich nicht weiter. Heißt aber nicht, dass es da jetzt so wirklich das nächste Item gibt. Heißt ja, dass ich vielleicht erstmal zwischensammeln muss, um wirklich... ...am Ende da anzukommen, wo ich hin will. Hier, spreng mal und dann mach mal... Hier unten geht's... ...schmied ja irgendein Kack-Zeichen, weil ich nicht verstehe. Ist doch doof! Sind das verbunden? Power-Missiles oder und so? Warte, ich weiß ja, der echt ne, was das hier noch hebt. Das ist die Question dabei. Wasser. Ist Wasser irgendwie gefährlich für mich? Nee, Wasser ist nicht gefährlich für mich. Ii! Warte, aber vielleicht hier? Oh, tuck dich! Hehehe. Hier kann man auch irgendwie durch. Oh, ist aber halt nicht dasselbe. Okay, Bomben bringen mich im Wasser schon mal nicht dazu hoch zu springen. Das hat die äußerst ungenste ist. Aua. Scheiße, hier geht's auch nicht weiter. Schwimmen kann ich später auf dem Aono oder wie? Oh, ist halt kacke. So was confuses mich immer. Ey, Wasser. Hier ist richtig tiefes Wasser. Kann ich echt ohne Probleme? Was? Was? What? Was? 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 Schnell, ist gekillt. Alter, ist ja episch. 2D-Wasser ist cool, das macht Spaß. Aber ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll, irgendwie, ehrlich gesagt. Splush. Splush. Da geht's auch nie hoch. Ey, komm nirgendwo weiter. No, du, das ist nicht cool. Ist das überhaupt nicht cool? Darf ich hier nicht runterfallen, oder? Ich kann ja da oben kommen, das ist schon lang, oder? Ich hier so HEPA machen und HEPA. HEPA? Ah, hier kann ich BOM benutzen. Ah, hier geht's weiter. Aber ich will gucken, ob's noch rechts mehr weitergeht. Schon, ja, doch. Aber da geht's nicht mehr weiter. Gut, denn, ich gefailt gerade. Ich klingt richtig cool, wenn das Wasser, wenn das Wasser springt, ist das richtig cool. Cool. Hat's style. So, dann jumpen wir hier oben einfach mal lang. Down. Swoop. Ruin. Oh, ruin der Schoße. Ey, ist ja irre fübsch, oder was? Oh, da geht's durch. Hm. Halt. Halt, 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 halt. Okay, so kann man sich natürlich auch verarschen. Darum geht's nicht durch. Scheiße, Mann. Na gut, dann lass mal hier lang. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier hinrenne. Da ist ein Missile-Container, in dem ich nicht rankomme. Geil. Da ist ein neues Update, Freunde. Oh mein Gott, will ich dir mal am Tarn? Okay, komm, dann komm ich noch mal aus dem Wasser raus. Oh mein Gott. Wangs. Unbekanntes Objekt. Oh mein Gott, was ist ein unbekanntes Objekt, bitte? Analyse ergebnislos. Für den Beam. Objekt mit aktuellem Anzug in Kompatibel. Kacke. Ich komm jetzt hier nicht mehr raus, oder? Ja, ist ja nicht so geil. Oh mein Gott. Jetzt kann ich ganz plötzlich die Schozo-Steine hier auflösen. Missile-Container. Kapazität ab... Nein! Okay. Also sowas ist nicht cool. Wie kann ich jetzt so erschreckt, ey? Jetzt zeige ich hier unseren Schozo- Ah, jetzt kann ich da oben lang. Oh, hier mal. Heppern. Ach, ich wollte gar nicht. So, Stein bitte. Danke. Hm. Ist hier irgendwas? Heppern, heppern, heppern. Tu heppern und so. Wann schauen. Oh mein Gott, wo bin ich hier? Ruinen der Schozo-Karte gucken. In Crateria. Also in Crateria liegen die Ruinen der Schozo. Schon episch. Aber wo geht's rechts weiter? Der lange, komische Gang gefällt mir nicht. Oh, cool. Hier komm ich nicht rüber. Geil. Ah ja, drauf geschissen, würde ich sagen. Mach ich's einfach. Geh einfach hier lang. Ich hab keine Ahnung, ob ich hier irgendwie ansonstenweise richtig bin oder ob ich hier total falsch bin und ob mir ein Update fehlt. Ich komm nicht mehr zurück. Willst du mich verarschen, Spiel? Hilfe. Hm. Oh mein Gott, ich will hier nicht sein. Es gibt schon eine Million Gründe, hier nicht sein zu wollen. Ich will hier weg. Ich will nicht mehr. Los, jump mich immer höher. Guckt euch das an. Der kann mich hochglitschen. Der kann mich hochglitschen. Nein. Oh, Mist. Weg. Vielleicht gar nicht schnell. Buttons, Masha. Scheiße, Mann. Hm, Dreckmist. Haha. Hab'n was denn gemachten? Ich komm hier nicht mehr raus. Hier, du Vieh, aufs Maul. Kann ich hier in die Kralle springen? Hm. Ich sag doch, es gibt mindestens eine Million Gründe, nicht hier zu sein. Einer davon wäre, ich komm hier nicht mehr raus. Was? Da geht's weiter. Oh Gott. Alter, das Spiel. Das Spiel ist richtig creepy. Das Spiel macht mir Angst, Leute. Ich würde sagen, hier im nächsten Part, hier geht den hier weiter, ne? Weil irgendwie, ja, irgendwie müssen wir ja weiterkommen. Das geht ja nicht, ne? Aber jetzt erstmal in die Rennermaschine mit, damit er heute noch ein Part online geht. Sonst geht hier gar nichts mehr online. Oh mein Gott. Das Spiel ist richtig creepy. Ich will es bleiben, das Spiel. Daher will ich irgendwie gar nicht wissen, ob ich jetzt hier falsch gelaufen bin. Andererseits will ich, heh, heh. Ich würde irgendwie schon gerne wissen. Aber nein, schreibt mir nix. Ich wirklich in der letzten, ich habe glaube ich auf dem 1er Save, aber ich habe immer noch den Anfang von diesem Part jetzt hier. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann wieder. Macht's gut. Komm mal da rein. Ich bin Sikowski und... Wow. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.